Okay, ich muss mir gerade mal ein bisschen mehr Platz hier nehmen, weil das Zettelstückchen ist nämlich schon wieder fast vorgeschrieben. Wedding hatten wir gerade. Okay, dann machen wir mal Dress. Was haben wir denn hier? We went to see Whisky Business. I had on my one best dress. Simon paid and he bought me a Whisper and I was worried about getting chocolate on my teeth. Okay, is it a date? Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous, didn't want to share. Even the first date, we went to see Tom Cruise at the old podium. We both went, kept changing places in the toilet. We only had the one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date, it was Mitre. At the end, I let him kiss me. But that was it. We didn't want another card in our hands and the reachy board had said to hold back. After that, it was Hannah's turn and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep with him. I mean, that's when she got pregnant. From that one time. Okay. Das ist irgendwie total abgefangen. Also, Eve und Hannah haben, waren, also so wie ich es verstehe, waren es wirklich entweder, entweder sie waren wirklich Zwillingsgeschwister oder die Alte hat wirklich einen an der Klatsche und sie stellt sich eine der Persönlichkeiten wirklich nur vor. Aber wenn die zwei Persönlichkeiten, äh, wenn die zwei Personen waren, haben die immer wieder getauscht und die eine ist wohl einen Schritt weiter gegangen. Ist das abgedreht? So, Dress. Alles der Reihe nach. Foto. Das Neues. Yeah. No, he doesn't have any tattoos. He has a scar down here, near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. That was before, a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here, though. He takes them off of the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not book so much. Or watching TV. He likes TV. Okay. Also er hatte keine Tattoos, sie aber schon. Eine ihrer, ich will mal ihrer Persönlichkeit sagen. Vielleicht ist sie ja wirklich das, wir wissen es ja nicht, ob sie jetzt eine Zwillingsschwester hatte oder ob, äh, ob die so ein bisschen seltsam war. Ach, ich hatte Tattoo doch schon aufgeschrieben. Dann geht's als nächstes zum Tattoo. Ist das im Englischen auch? Ja. Gut. Oh, mein Tattoo. I got it to express my individuality. It's an apple and a snake. Sachbel. Also hatte Eve, ach, schau mal, er rumgeschafft. Yeah, expressing my individuality. Schreib mal Individuality auf. Also hatte Eve, es muss ja Eve sein, weil Apfel und die Schlange, warte mal, Apple und Snake schreibe ich auch mal auf. Ich finde das gerade so spannend, ich komme hier nicht von dem Spiel weg. Ähm, sie hatte das Tattoo, das ist der erste Siebte. Die Frage ist, hatte sie es die ganze Zeit auch unter den langerbligen Sachen an? So I moved out. Got a small bed set. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings. Yeah. So I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. I don't exist. Also das war jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall Eve. Und I don't exist. Hat das damit zu tun, dass die Hebamme sie mitgenommen hat und sie war ja tot? Oder hat zumindest gesagt, sie wäre tot? Und dann war sie auf jeden Fall eine sehr lange Zeit auf dem Dachboden. Es kann ja sein, dass sie überhaupt keine Papiere dadurch hat und dadurch eben auch nicht existet. Hm. He saw me singing one of my shows. Pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously, I knew who he was. but he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name for my tattoo. Told me it was a palindrome. That would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. Okay. Habe ich gerade nicht mitgekriegt, ob der ob Name genannt wurde. War das jetzt Simon? Oder wissen wir, ob Simon war? Ich habe gerade aber wenn die doch gleich ausgesehen und ich bin da gerade völlig verwirrt. Warte mal, Tattoo. Jetzt habe ich mir Happy aufgeschrieben. Mal gucken, ob das was bringt. Happy? Happy, Happy, Happy. Yeah. Was? The story starts when she's born. Mother Gothel, a witch, takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower. Rapunzel gets pregnant by the prince and Mother Gothel is furious so she cuts off her hair and throws her, actually, her hair's already short here so that's already happened. She throws her into the wilderness and Rapunzel is reunited with the prince who's blind but she kills her hair and says it's a happy ending. Is that too much? Okay, Rapunzel it's a happy Errungenschaft! It's a happy ending! Mensch, wie Errungenschaftjäger. Sie in ihrem eigenen Turm, ne? Und das Pregnant passt ja auch rein, aber lass uns erst mal weitergucken. When I woke up Okay I woke up Simon was already up and he made me birthday breakfast of Eggs Benedict Errungenschaftjäger We both had to go to work so we saved presents till later Errungenschaftjäger I got to work had some birthday cake Children's family happy birthday then I came home the birthday meal was a takeaway and Simon gave me his present which I didn't mind and after that we talked about the baby turned into a big argument Simon left I was furious I wanted to get as far away as I could and get some space to think so I left Warum haben sie sich denn gestritten? Warte mal warte mal das klare eben sie hat doch gesagt sie hat ein Date und dann wurde sie schwanger und wir haben immer nur davon gehört ja sie haben über das Kind geredet sie ist schwanger und so und jetzt sind die auf einmal über Jahre verheiratet aber das ist doch nicht äh ich hab ein einziges Fragezeichen über den Kopf das ist ja ich hab dann zu beden für die Neal ich glaube es war eine Fliege oder etwas die Nachbarn hat mich benutzt meine Hand um sie zu lassen zu lassen und wir haben sie tot in ihrem Bett und sie hatten da für Tage niemand hat es notiert einfach warte es war so schnell nach meiner Mischung in der schlimmste Jahr in meinem Leben und ich war so glücklich zu heiraten und nach dem ich war so glücklich fuck warte mal wer ist gestorben warte mal nochmal ja wir können es bald viel mehr dicken okay ich würde mal schätzen die Eltern oder die Eltern sind gestorben und sie hatte eine Fehlgeburt habe ich das jetzt richtig verstanden ist schon bitter ist schon irgendwie bitter warte mal Marsch oh Gott dadurch dass ich hier mit Zetteln hantiere und der Tastatur und überall irgendwie so ein bisschen rumgreifen muss ich habe mich gerade ein bisschen anders wir haben tatsächlich noch ein Maschrom Video I was living in the attic Eve it was a very hard time I was depressed was still pretty sick of the STD when I came down one morning they were dead they were in bed they were in bed both had been sick they'd thrown up knocked and I just let through it the police the police said it was mushrooms they ate dad was a mushroom expert he used to take us picking with him and he taught us how to recognize them there's no way you would pick death caps but please believe that's what happened when I'm here to live in the attic okay warte mal sie also Eve hat auf dem Dachboden gelebt das haben aber scheinbar die Eltern nicht gewusst kommt mir jedenfalls so vor also Erna hat sie auf dem Dachboden versteckt gehalten die Frage ist wer hat die Eltern umgebracht war es Eve nee ich weiß es ich weiß es nicht sehr sehr strange so arbeiten wir uns mal vor paperwork Tatsache sure I think I do all the bills and paperwork and handle all the money stuff so should be easy for me to find do you want them dropped off to you? I'm not sure where the dollhouse came from I don't know if it was given to them or they inherited it they wouldn't have had the money to buy it it was so huge it must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there it's a beautiful thing wallpaper to scale little furniture lights work mirrors beds duvets and pillows we spent hours we spent hours and hours playing it invented all these characters and families who lived there we wrote paperwork for them all passports diaries and gave them all really elaborate stories once a moth got trapped in there we'd left a light on it was making the most horrendous noise we tried to kill it but it was tough they ended up crushing it under a copy of the arabian nights was mir gerade auffällt warte mal ich schreibe auf jeden Fall noch Fairytale auf weil ständig kommen irgendwelche Märchen es werden ständig irgendwelche Märchen angedeutet und sie hat ja auch irgendwann schon mal gesagt dass sie total auf Fairytales stehen auf die bösen auf die düsteren blutigen aber vielleicht finden wir da auch noch was wir gehen aber erstmal der Reihe nach weiter Job So it was Friday evening we had an argument he left on Saturday he didn't come back I waited all day he was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon he had a job he didn't show so Eric was ringing on the phone I checked at the rock that's our local they said they'd seen him on the Friday night but not since he still wasn't back this morning it just isn't like him at all still not back by dinner time it's getting dark again so I decided to conceal you also sie haben sich gestritten und danach war er weg aber hatte eine nicht hatte Eve ihn dann gefunden weil einer von den beiden hatte ihn doch gefunden oder nicht oder ging es da um die Eltern ich bin völlig verwirrt so ach da sind ja noch welche I got a job to contribute Doug knew someone and I got a job as a dinner lady at the primary school he said it didn't matter if I could cook or not just don't poison the kids so you see it's always been complicated between me and Simon it's never just been the two of us there's always been pressure das ist auch ein bisschen hart aber wurde ihr wurde ihr das dann irgendwie zu lassen gelegt das mit dem Gift und den Eltern der Gläziers I worked there some weekends and Simon had a part time job there too that was Eric's generosity he was always good at helping a lot of people's children Simon was quiet more thoughtful than the other boys even then he had a sense of craftsmanship wasn't always rushing stuff boys that age are just running around like headless chickens most of the time you know plus he had that look kind of like a fairytale prince from one of my books da ist das wieder und das war aber Eve sie hatte das Tattoo das war Eve okay Hannah had a miscarriage this was late in the pregnancy and it left her infertile but the universe had corrected its course we were aligned but Hannah and Simon were still living with his parents they were married Simon had a job at the glaciers now Eric had given him a full-time position after he left school so late Bobby wie mies sie da gegrinst hat sie war schon ziemlich neidig ziemlich eifersüchtig auf Hannah aber die Frage ist geht sie da auch so weit zu sagen wenn ich ihn nicht kriegen kann dann darf ihn keiner bekommen was haben wir denn als nächstes Baby haben wir oder sagen das muss doch was geben no I lost the baby I had a miscarriage at eight months we carried on leaving at Simon's parents until that was only a few months after after what after was after yes it was a shock to him I mean you never thought it was possible I don't know what he I mean I hadn't decided whether to keep the baby I wasn't really ready to talk to him about it I got pregnant both our parents had a big pow wow we weren't even in the room and they decided we should get married okay okay aber stimmt die waren noch ziemlich jung ne wurde doch ziemlich ziemlich schnell schwanger wahrscheinlich warte mal Eve hat irgendwas gesagt von wegen sie wäre 17 gewesen als sie da mit den ganzen Kerlen rumgefögelt hat da müsste ja Hannah auch so genau gleich alt gewesen sein nur weiß ich gerade nicht ob das auch in dem alter war yes i'm fine oh i'm sick again this happened some days i'm pregnant it's morning sickness i'm 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 warte mal ist das jetzt ist das mal in den anderen Videos aufpassen mit Orange ist das jetzt Eve oder ist das Hannah weil Hannah ist doch angeblich unfruchtbar nach der fehlgeburt ist es jetzt Eve warum ist jetzt schwanger oder hat sie hat sie jetzt wirklich einen wirklich völlig an der klatsche weg und denkt sie ist schwanger ich meine so ein Trauma bleibt ja nicht ohne folgen told him I was pregnant und her